Ich wollte schon Feuer machen, da kamen plötzlich drei gutaussendige Geschäftsmänner um ins Tuk-Tuk und sie wollten hundsverreckt noch ein Türchen mit mir machen. Leider hatte mein Tuk-Tuk aber nur Platz für zwei. Mit dem Bicycle ist es okay? Ja? Cool. Das ist ein Brich, das heißt Lange-Sampbrich. Und auf der leften Seite, du kannst Rikki sehen. Jetzt fahren wir zum Verkuligang. Das ist der Ort, die wir hier sind. Ja. Das ist der Song heißt, How Up Us Mini Disco. Du kennst das? Ja. Shut up in my discothek. Ja. Okay? Es ist ein bisschen schwer. Ist das okay? Ja. Du bist bereit? Ja. Du bist bereit für How Up Us Mini Disco? Ja. Okay. 1. 2. 3. 4. Е certified! Hey, Davidcek cried! Boys 2 줄ciąg 1994 Łą, oh whybons Sie die Megan Nicolas My name is I'm Anna, tsch like fisch, fisch, fisch Chicaret & Pis회 Brot Hasan R Click Doraht da was Brot 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 pidet Pi Pei Brot Brot Fred Peet, Fred Peet, oh shit! Ich glaube, es hat mir gefallen. Sie haben eben geklatscht. Und die Zahlen mussten es auch nicht. Und weil ich so Freude hatte an dem mit dem Velo, habe ich gedacht, bevor ich mein Feuropenbier trinke, drehe ich noch ein paar extra runter. Das ist Arschweizung. Esse soll sich die Zahlen grammatisch machen einiger Aber es verd arsenal Sch reciben. Vielen Dank.